Typ 1 Diabetes bedeutet, dass es eine Autoimmunerkrankung ist und die Zellen, die in der Bauchspeicheldrüse des Insulins produzieren, nicht überleben können im Körper und damit absterben und das Insulin von außen ersetzt werden muss. Das heißt, der Patient ist völlig abhängig von der Zufuhr des Insulins und in aller Regel erfolgt das über mehrere Injektionen am Tag, häufig vier und zunehmend eben auch über Insulinpumpen, wo verschiedene Raten einzustellen sind, je nachdem, ob ich esse, ob ich Sport mache, das wird persönlich auf den einzelnen Patienten angepasst, dann der Blutzucker optimal eingestellt wird. Und wenn Menschen älter werden, kommen vielleicht Erkrankungen hinzu, aber auch Vorstellungen von richtig ändern sich und auch die Möglichkeiten dieses Selbstmanagement, was gerade der Typ 1 Diabetiker für sich und seine Erkrankung übernimmt, sind den Patienten häufig nicht mehr so möglich. Als Beispiel die Hirnfunktion, die Hirnleistung lässt nach, das komplexe Dirigieren und Manövrieren der Pumpe ist nicht mehr möglich. Man schätzt Blutzuckerwerte falsch ein, injiziert nicht die richtigen Dosierungen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch die Situation natürlich, dass viele ältere Patienten sehr, sehr lange bis ins hohe Lebensalter mit diesen Hilfsmitteln wie der Insulinpumpe extrem gut zurechtkommen und sehr viel besser als medizinisches Fachpersonal, die eben nicht auf die Behandlung von Diabetes spezialisiert sind. Und deshalb, das ist mir ganz wichtig, dürfen wir diesen Patienten auch nicht nur, in Anführungsstrichen, weil sie ein gewisses Alter in Zahlen erreicht haben, die Kompetenz absprechen und ihnen gar die Insulinpumpe in diesem Beispiel dann wegnehmen.